alles klar die acht alles klar ist das gemein ist das gemein stimmt ja die drehung muss ich ja auch beachten okay jetzt mache ich das noch mal also links 9 und danach in die richtung 1 und dann wieder in die andere richtung 8 da darf ich zum schluss erst ich hätte die x-taste zwischendurch nicht drücken dürfen so sieht das aus ich habe immer die x-taste wieder gedrückt ich habe mir da muss das zum zur bestätigung haben sehr cool okay schauen wir mal das rotpunkt visiert das kombinieren bei der waffe hoffentlich macht er das jetzt automatisch oder so kombinieren doch ach man sieht man also ich habe echt lange kein jetzt geht's ich habe lange kein resi gespielt das letzte mal resi 2 ist schon eine weile her so okay jetzt wir brauchen ja noch irgendwas um die das feuer zu unten zu löschen so da gehen wir als nächstes mal würde ich sagen in die railway da unten rein die pharmacie haben wir ja schon kurz nachladen schluss habe ich aber genug also das passt schon war mit dem rotpunkt visier ist aber cool das muss ich sagen sehr geil sehr cool der steht doch bestimmt gleich auf noch nicht okay schauen wir uns erst mal ein bisschen um da der steht auf ok ist der am wackeln das war dein fehler aber lieber da gibt es noch acht da ist der schlauch mega schauen wir hier aber hier noch was ab ab grasen können das muss das büro der u-bahngesellschaft sein ja büro der u-bahngesellschaft hier ist noch ein käffchen oh lecker donuts da liegt noch irgendwas keine reaktion kite bros eisenbahn leitfaden äh gewährleistung eines sicheren u-bahnbetriebs im falle eines stromausfalls wird die u-bahn automatisch den betrieb einstellen sobald die stromzufuhr wieder hergestellt wurde müssen am stellwerk die zu passierenden stationen sowie die zu befahrenen gleise neu eingestellt werden wenn das system eine eine route als sicher einstuft wird ein fehler zurückgegeben und der betrieb kann nicht aufgenommen werden alles klar ok so wir haben den löschschlauch das heißt wir können jetzt zurück zurück zu dem feuer aber wir waren auch noch gar nicht in diesem komischen donut laden da würde ich mir eigentlich auch gerne nochmal umgucken geht das hier noch weiter tatsache hier ist auch noch ein laden wow notiz eines u-bahn angestellten ok das könnt ihr glaube ich auch selber mal eben lesen eine flinte besorgt schneidet die kette durch ok hier muss irgendwo da ach deswegen kann man auch die flinten munition herstellen und wir können natürlich die kette nicht aufmachen weil wir keinen kein werkzeug haben das kriegen wir auch nicht auf eine handgranate was haben wir hier noch ich nehme erstmal das schießpulver können wir das noch irgendwie können wir noch nicht schade können wir noch nicht das heißt die handgranate können wir auch gar nicht mitnehmen haben wir gar keinen platz mehr für das schießpulver ist mir auch wichtiger das rote kraut könnte natürlich das rote kraut wegschmeißen aber ich glaube das kriege lieber nicht was haben wir denn da schönes den zweiten schon cool ok wir brauchen also ein bolzenschneider vielleicht finden wir den ja im donut laden wie gesagt der donut laden den ich da eben noch gesehen habe der da waren wir ja noch nicht da sind wir auch drin gewesen alles klar oh shit shit ich wusste der steht doch noch wieder auf die ratte ok wir müssen noch mal wieder kommen lieber auf sicher nur mal sicher gehen ok hier ist also eine flinte da unten ist der donut laden wo war denn jetzt eigentlich das feuer ich glaube wenn wir ein bisschen hier lang ne pharmacy laden ok den machen wir auch noch mal im platt zack ist hier noch irgendwas was wir gebrauchen können tatsache ok gib mir mal das besser gib mir mal das besser da ist schon wieder jemand hey was machst du denn hier wo die hier ist heute kein einkaufen hier gibt's nix toilettenpapier ist alle komm baby oh shit oh fuck die steht wieder auf oh shit shit ok ich verziehe mich das hast du nicht umsonst gemacht kommt mir nämlich da siehst du das hast du jetzt davon da müssen wir glaube ich wieder hoch ne oder kommen wir hier auch irgendwie weiter ne ich meine da müssen wir wieder hoch genau und da können wir da glaube ich gerade auslaufen so da waren wir drin und wir wollen in Donut Railway wo ist denn der Donut laden da ok Donut laden und in Railway war die dicke Gun ist hier auch noch irgendwas also ich werde mich hier nicht durchrushen ich will das Spiel hier schön genießen da haben wir noch Money da hier diesmal kein Zeitlimit ist werden wir das natürlich schön genießen und hier schön in Ruhe oh alter ist der resistent oder was oh alter heftig wäre schön wenn ich hier noch ein bisschen Money finde okay okay Money bitte lass mich hier Money fit kitchen oh hier Ruheraum geil Ruheraum Ruheraum hier kann ich auch Heilung machen sehr cool so ich habe jetzt den Schlauch zweimal Heilung das Pulver ich glaube die Gun hole ich die Gun noch das Risiko noch eingehen ich glaube nicht ich glaube die Gun hole ich nicht mehr ich habe hier auch gar keinen Platz mehr so okay was lassen wir jetzt hier einmal Heilung wir könnten natürlich ich bin noch gesund wir sind ja einmal gebissen worden einmal Heilung langt eigentlich machen wir das brauchen wir nicht einmal Heilung langt und Money habe ich aber nicht mehr besonders viel war erstaunt nee das braucht das lassen wir noch okay riskieren wir das noch die die Gun zu holen die brauchen wir so wenn wir jetzt die Heilung weg benutzen so ich ziehe mir das nochmal voll rein dann bin ich voll gesund dann nehme ich die andere Heilung doch noch mit gemischte Kräuter gib mir die gemischten Kräuter so herausnehmen zack okay na da Muni lass mal alles schon durchgucken hier was haben wir da Schießpulver kombinieren nochmal Muni mega das können wir hier nämlich kombinieren zack 32 Schuss wieder wo sind wir denn jetzt reingekommen ich glaube hier ne ja so mach ich nochmal ein bisschen Feuer unterm hindern hier Railway Station da gehen wir nochmal eben rein die dicke Gun holen weiter ne hier war das nicht ein weiter hier anerdings war das aber die Musik klingt nicht gut ich glaube da könnte gleich wieder was passieren so mega 6 wow das Ding das rockt aber gut alter was hat die denn für eine Streuung hier mega Polym Polym da ach du scheiße okay baby was hat die für eine Streuung heftig okay wir müssen jetzt da wieder hoch da oh ein Schuss hier rein da ist doch auch schon wieder jemand drin da komme ich nicht mehr rein hä wieso komme ich da nicht mehr rein da komme ich nicht runter wieso komme ich hier denn hier nicht mehr rein da komme ich nicht mehr runter shit warum komme ich da jetzt nicht mehr da muss ich doch irgendwie durchkommen können ich bin hier doch die ganze Zeit vorhin auch durchgekommen irgendwas ist davor hallo lass dich mal rein ne da komme ich nicht mehr durch fuck wieso komme ich da nicht mehr durch irgendwie muss ich doch nur zurückkommen ich bin durch den geht das hier noch irgendwo hoch ne oh hier ist noch eine Kiste Schießpulver mega kann ich gar nicht mehr mitnehmen hab ich nicht genug platzt okay ist da noch irgendwas gewesen ne durch ach stimmt ach und hier kann ich ja jetzt die Dingsen nehmen richtig den Bolzenschneider sonst komme ich ja nicht weiter stimmt aber weil die Tür auf einmal dicht war ich hab mich schon gewundert okay geht mir mal na kommt her hier ah hier geht das aber nicht weiter oh der ist noch nicht tot die ist auch noch nicht tot ach die brauchen mal einen Moment nachzuladen Muni sehr schön was haben wir hier Muni Granate kann ich nicht mitnehmen das ist sehr bedauerlich aber nicht zu ändern shit wie komme ich denn jetzt noch wieder zurück oh shit ich könnte durch den Railway Station also die Tür ist auf jeden Fall zu da oben da bin ich die ganze Zeit durchgekommen einmal gucke ich jetzt noch und dann es gibt glaube ich noch einen Weg durch den hier bin ich die ganze Zeit vorhin durchgekommen ne okay das heißt aber wo ja wo muss man hier ja hochkommen da da komme ich nicht weiter ich habe jetzt den Schlauch ich muss ja jetzt zu dem Hydranten da muss ich hier wieder durch shit palim palim oh shit ich bin schon verletzt ich weiß da ist die Station ah das falsch ich gehe mal hier hoch vielleicht geht jetzt die Tür wieder auf fuck 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 ja die Tür geht wieder auf nein fuck und nimm dir das Kraut benutzen fuck ich sehe nichts mehr fuck lauf 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 scheiße ich weiß nicht wo ich lang da 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 fuck lauf 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 Mädchen lauf ich glaube ich muss genau hier hoch hier hoch schnell 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 oh alter ist der Tyrant der ist ja mega der ist ja brutal fuck hier habe ich doch meine Tür gehabt die Tür war verrammelt was ist das denn bitte hallo hallo geh runter da hallo was machst du denn geh runter oh ich werde wieso geht die da nicht runter okay ja nimm den Schlauch äh untersuchen mach nun nimm doch den Schlauch wieso nimmt sie denn den Schlauch jetzt nicht hä benutzen ah ach ach mein Gott oh Gott wir haben's alter Schwede was ist hier los oh fuck war das geil war das geil war das geil hammer hammer okay das war hammer das kann man nicht anders sagen das war richtig geil 20 Figuren sind da sogar drin mega okay meine Lieben ich würde sagen an dieser Stelle machen wir dann unseren Boxenstopp lassen bitte eine Bewertung da für diese hammer Leistung wir haben echt gut was geschafft sind gut durchgekommen haben alles gesehen bis zum nächsten Mal ihr Lieben äh ja habt eine schöne Zeit wir schauen uns hier nochmal eben kurz das vielleicht kommt da noch ein Outro an ne kurze Sequenz hier genau ich wünsche euch noch ne schöne Zeit bleibt bitte gesund lasst ne Bewertung da haltet schön Abstand kauft nicht so viel Toilettenpapier wascht euch schön die Hände bis zum nächsten Mal haut rein ihr Lieben macht's gut euer T sagt ciao ciao send somebody who's capable of getting me the hell out of here what was that don't move Kendo you're all right you're all right stretch stop and do what i got your back go 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 Glock's thinking you better hunt sorry look out let's do this can you hear can you hear can you hear can you hear my voice coming through coming through coming through the noise i'm floating through outer space i'm lost and i can't find a way now all the lights going dark and my hopes destroyed help me is anybody there is anybody there is anybody help me help me